Halli, hallo, Hallöchen. Was zur Hölle ist denn jetzt los? Warum ist Ursa denn jetzt schon um 15 Uhr? Ne, oder? Jetzt habe ich mich gerade wieder darauf eingestellt, mit Ursa zu spielen. Mann, das nervt. Meine Fresse, das nervt. Boah. Hoooooo, hallo. Das heißt, ich muss gut sein. Hiß, nö. Hiß, nö. Okay. Jetzt nimm endlich. Ich will anfangen. Mit ein bisschen Glück kann man das gewinnen. Wenn ich... Jetzt habe ich keinen... ...den ich irgendwie... Jetzt habe ich keinen, den ich alleine im Duell besiegen könnte. Wie Maiden oder... ...Techies oder so. Das ist... ... Mal gucken. Ich hoffe, das haut jetzt so weit hin, dass ich da... ...blink fürs Duell. Ganken, ja. Müsste ich mich aufs... ...auf Gangs... ...konzentrieren. Das ist so ärgerlich, dass Ursa jetzt schon raus ist. Dang it, hätte ich gestern doch mal gespielt. Unglaublich. ... 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 Das ist tatsächlich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zurück, die wir leben. Das ist natürlich cool. Der hat wenig Leben, das weiß ich. Ja, komm schon. Der ist schon klar, dass er aufpassen muss. Und ich ohne Schuhe natürlich auch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Blink, den ich im Jungle direkt holen sollte. Ich würde erst auf die Schuhe gehen, tatsächlich, weil dann laufe ich schnell und dann... Blink brauche ich ja erst ab Level 6. Ein Gott, ey. Muss das jetzt sein? Kurzen Zeitraum. Also, rettet mich, rettet wen anders. On my way! Hm. Yes. Komisch, dass das... Wo ist der denn? Der muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Der hat doch keine so große Range. Kann der denn tatsächlich da hinten sein? Was hat der denn jetzt wieder für ein Problem? On my way! Hi. Rally! Was hat der schon wieder getan? Das ist doch jemand wieder fun. Is das doch jemand wieder fun? Oder ist er. ist mir doch egal ob du mir den last hit lässt gehst du innen auf die lane und reposition die erfahrung ich meine idee mir zu helfen ist zwar schon nicht schlecht aber warum und irgendwie brauche ich auch noch am besten wenn da so was wir geben ist aber auch für die duelle warum auch immer das nicht darin steht also langsam funktioniert das 75 prozent lebensraub das anfang doch da habe ich auch doch natürlich kann loan droid könnte ich im duel besiegen und ranger war hier auch noch ja jetzt so ich bin ich denn so ich so ja woher woher und Was ist das? Das ist doch ein bisschen besser. Ich habe das nicht mehr. Oh, das ist nicht mehr so. Und dann geht es nicht mehr. Du bist ja nicht. Wartig ist das? Das ist ja nicht. Du bist 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 ja nicht. vorher 5 sekunden 4 sekunden also erst da war ein Objet so wollen wir doch mal sehen Amber Spirit ok das ist nicht gut gewesen fuck nein man nicht schnell genug das ist ätzend das ist 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 Das Problem ist eben, ich müsste Windranger Das hätte ich dem so gerne Ich habe aber nicht vieler Mana Regeneration Das Wichtigste ist schon mal Dass ich meinen ersten Duellschaden habe Das ist ganz wichtig Okay, nach dem Blink Blade Mail Vor allem, ich habe ja noch nicht mal Ich habe ja vor allem die zweite Kombi gehabt Das ist auch noch so ein Problem Falsche Kombi Wie ist die überhaupt Stärke? Was ist denn da? Unsichtbarkeit Moment Templar Eine gute Möglichkeit Ah, dang it Ich weiß welches ist, aber ich muss es abwarten Oh, Scheibenkleister Ist das uncool Ah, voll fail Das Problem ist, es war auch eine Rune Okay, ich weiß welches ist Die meisten leben natürlich wieder Nein, 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 nein Ah, verdammt Verdammt Ich könnte kotzen Ich habe ja einen Blink So, Templar ist weg Warum ist Templar weg Verdammt Verdammt, verdammt Zu viel Zeit verschwemmert Zu viel Zeit verschwemmert Definitiv Wunderbar Wunderbar Und vertreibst du doch nicht Wenn ich unterm Tower angreifen muss Wäre das echt ätzend Ich würde gerne in ein Duell gehen Na, wer hat doch ein Guter Kandidat Okay Schade Nicht ganz hingehauen Aber Fast Verflucht Da muss man Da muss man Na Dafür bräuchte ich mehr Damage Verflucht Was sieht's eigentlich aus Muss ich noch ein bisschen dran arbeiten Was macht Tiny da Drei Yes Ja 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 Ja. Orders received. Oh, don't. Oh, man. On my way! Ja, komm. Dranger. Blanking! Down-Droid wäre eigentlich ein sehr gutes Ziel. Oder Templar, die ist naja, hm. Okay, mal gucke ich mal aufschauen. Verdammt. Scheiße. Ich habe noch nicht genug Schaden für den Scheiß. Das ist das Problem. Aber hey, immerhin habe ich schon Duell-Schaden. Es gibt genug, die haben keinen gehabt bisher. Hätten keinen. Wie auch immer. Obwohl, eigentlich wäre eine Blade-Mail auch ganz interessant. Ich habe noch nicht genug Schaden. Jetzt hätte ich ein Duell haben können. Da kann ich noch nicht. Spinner eigentlich. Down the road... Hm-hm.... Hmm... Oh man... Von der Koordination ist Legion Commander nicht sehr einfach. Aber ansonsten geht's ihm normalerweise. Aber es ist einfach, warum sie im richtigen Moment... ...die richtigen Sachen drücken. Tiny und Wind Ranger... Ja, ich... Verdammt. Scheiße, ich hätte jetzt da sein können. Von der Koordination. Ich bin der Koordination. Die Dörren, die die Bühne getrennt. Ihr habt ihre Stöhne getrennt. Adammtsch... Sieg auf sie! Die Dörren hat ihren Towers geflogen. Ihr habt die Mitte der Towers geflogen. mit schau mal so jetzt habe ich wieder auf level 2 neu Nein, mit 2 kann ich mich noch nicht anlegen. Und Tiny ist da. Flanking! Wenn du zu schiefst. Auf die Weg! Taktaka. Ja, du schiefst. Ja, du schiefst. Du schiefst. Nein! So knapp. Ludwig, da war ich sehr ja. Ah ja. Langsam Langsam, aber sicher Langsam, aber sicher Langsam, aber sicher Langsamung Langsam, Verlangsamung Ich werde schneller Die anderen langsamer Beste Option, die ich habe Wenn ich jetzt noch das Das Shadowblade hätte Dann könnte ich Oh, hinter denen auf Tauche Also könnte ich Nichts da machen Nicht hinter dich schleichen Blateman aktivieren Ganz in Ruhe Und dann Gewehrstarten Wenn sie eben nicht zu sehr Durch die Gegend rennen Dann werde ich Wahrscheinlichkeit Ja, ich gewinne Schon mal größer Aber Aber Ja, ich bin Ja, Tiny hat ein Shadowblade Das, was ich bis heute nicht so wirklich verstehe. Ich meine, es ist effektiv, dass er unsichtbar ist und dann irgendwo reingestürmt kommt, aber... Ja, schau die Tür an! Geh die Tür an! Geh die Tür an! Angriff! Ich habe Tiny gesehen. Ob da Tiny stark ist. Bleibe ich wohl noch einen Moment hier. Ob sie mich überhaupt bemerkt haben? Mir wäre es lieber, wenn nicht. Aber auch bedeutend, Templer ist ein gutes Stück alleine da. Na? Na? Ja, dann bewege dich auch. Oh, ein Quä. Mann, ich hätte beinahe das Duell mit Tiny gewonnen. Scheiße. Mann, 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 Mann. Da ist ja schon einer. Retreat? Hah. Ich habe nie gehört. Strategie berhubung. Blanking. Für die Ecke. Tactical. Engaging. So. Without a doubt. Aye. Now's the time. Care to dance? Na also. Oh, scheiße. Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Double Assassin ist schon Level 18. Die konzentriert sich auch ziemlich auf eine Lane. Schon. Ja, verwurzeln. Lass mich auf jemanden. Okay. Du bist großartig. Noch mehr Damage. Noch viel mehr Damage. Muss da rein. Hm. Hm. Ich bin der Welt. Ich werde nicht die Welt gewinnen. Ich werde nicht jetzt nicht verlieren. Haste. Closing in. Ein weiterer. Haste. Ja. Geheimnis. Ein weiterer. Ein weiterer. Nein, weh das nicht. Nein, weh das nicht. Moment, da habe ich was gehört, was mir eigentlich nicht gefallen hat. Irgendwo ist hier eine Stuntbombe losgegangen. Ich habe nur keinen gesehen, vielleicht... Keine Ahnung. So... Jetzt muss ich gucken, ich spät zurück zum Teleportieren. Ich muss den ganz Teleportieren gehen. Okay. Hm. Interessanter Treffer. Was den Teleport angeht. Ah, scheiße. Verflucht, aber das bringt es nicht. Ich... Was ist er, im Ernst? Das kenne ich doch. Ich bin nicht bereit. Es ist eine Sprache. Hm, er haut ab. Oh, verdammt. Nein. Scheiße. Viel zu lange da gewesen. Ah. Gott, nee. Mein Fehler. Mein Fehler. Mein Fehler. Tiny. Nein. Hm. Hm. Wie schafft man es, jemanden einen Zappler zu geben, sodass er es praktisch fressen kann? Oh, Windranger. So, okay, jetzt weiß ich, wen ich auf jeden Fall schlagartig umbringen kann. Wunderbar. So, okay. 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 So, jetzt mach ich auf jeden Fall schon mal schneller. Oh, Mist. Oh, Mist. So, okay. So, okay. So langsam wird's doch. Ich kann sogar mit dem Zepter noch verbessert werden. Sollte ich mir doch vielleicht mal das Zepter holen? So, okay. So, okay. So, okay. 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 So. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Der hat mich viel zu viel gestunt und ich habe meine Blademeal nicht aktivieren können. Erst Blademeal, dann so. Dann hätte er mich gar nicht richtig angreifen können in dem ersten Moment. Schade. Schade. Das ist echt mies, bin ich da. Lone Druid spielt auf... Charakter. Ähm... Nicht auf Bär. Hm. Okay. Als nächstes mal das Zepter. Und die mit externen Schaden. Das ist geil. Das ist richtig geil, weil dann können die von außen nicht. Und wenn die von außen nicht rein können... Ist das sehr praktisch für mich, weil ich jetzt eben... ...schon eine ganze Menge an Damage habe. Das mit dem Lebensraub ist gar nicht nötig, witzigerweise. Wow, 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 wow. Und ran right. Nein, nein. Oh man. Eins. Oh mein Gott, es hat ohne Schaden durch Duelle. Ach du Scheiße. Ach Scheiße, hartenfassen im Moment. So. Verdammt. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 sch Dann kann ich bald nur noch rumrennen und Duelle machen. Aus Spaß. So. Und dadurch kriege ich ja auch noch mal mehr. Muss nur eben ein bisschen mit Unsichtbarkeit arbeiten und so weiter. Und dann... Scheiße, ich hätte schon nichts auf dem Weg sein sollen. Scheiße, das waren alle. Das war ein bisschen... Da reinzugehen, wäre ein bisschen riskant. Okay, Rosa ist Tiny und Windranger. Okay. Okay. Oh mein Gott. Komm mal, hier schon? Ah, nee. Okay, keiner da. Ähm... Tiny. Nicht so toll. Überhaupt nicht gut. Ah, Mann. Mann, na, Mann. Ich muss nur noch ein paar Duelle gewinnen. Ich mein... Blink. Blink. Smart move. They'll never... No more hunting! Absolut. So. Ah, ha, 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 ha. For the effort. Immediately. Without a doubt. Deploying. So. Mm-hmm. Ha, 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 ha. Deploying. So, das Problem ist Na, 5 Sekunden und ich hab mein Duell Schade Was ist das? Achso, können wir mal machen Warte, auf jeden Fall mal schneller Rosa, Tiny, okay Guck mal, wie schön lange das Ding dauert Ahhhh Okay Ah, verdammt. Oh, Mann. Oh, Mann. 360, ey. Das ist schon krass. Aber ich mein, klar, geht noch mehr. Alles klar. Kommt her. Okay. Alles klar. Oh, Mann. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, wirklich? Muss du das jetzt? Nein. Absolut. Ah. I'm under attack! To battle! Enemy's top tower to score. On my way! Enemy's bottom tower was formed. Hmm. Orders received. Ah, weißte was. Take the field! Take the field! No! 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 Hmm. Enemy's top barracks destroyed. Das bringt überhaupt nichts. Alter, ich hab 9000 Wolf. Das ist so krass. Soooo. Hmm. Hm. Hm. So. Das ist cool. Ja. Awww. Im Ernst? Ich hab 11.000. Ich hab 11.000 Gold. Wow. 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 Und mit Gold pro Minute bin ich noch nicht mal gut. Ich hatte 11.000 Gold. Und ich hab mir einfach nichts anderes mehr gekauft, weil ich keinen Plan hatte. Was? Das ist... Obwohl die Blade Mail hätte ich gegen noch mehr Damage austauschen können. Ähm... Sowas wie... Ja, okay. Das ist dann blöd mit Distance und Slow. Hat mich zum Beispiel jetzt hier Alone Druid ja bekommen. Blink geht nicht in dem Moment. Einzige wäre Blade Mail gewesen, um ihn davon abzuhalten, mich anzugreifen. Hm. Naja. 150 Punkte noch bis zum nächsten Level. Das wäre ja natürlich optimal, wenn das funktionieren würde. Und ähm... Naja gut. Ähm... Naja gut. Ähm... Ja. Wir werden mal sehen in der nächsten Runde, wie es so läuft. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.